Hey, ich habe mir mit Wix meine eigene, professionelle Webseite für mein Schauspiel erstellt. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Wenn es euch gefällt, follow da lassen und viel wichtiger, euren Freunden Bescheid sagen, die auch Brawl Stars mögen. Hanky wieder afk. Hanky afk. Das ist aber close, das ist fast ein Trippiker von uns, ne? Wenn ich noch ein bisschen mehr reingepeat hätte, wäre das ein Trippiker gewesen. Oh. Guck dir das mal an, ich chill hier hinten und wenn der Derevers machen möchte, macht mein Geschütz unglaublich viel Schaden. Und dann heil ich es und dann ist es, ja gut, der hat 1 AP, aber normalerweise stirbt der da. Ist der dumm, hat er mich gerade probiert, uns in seinem Heal umzubringen? Der kann, wenn er Star Power hat, auch. Oh. Ich habe nur nicht geredet, der Ultester. What the fuck, das war ja scheiße. Ja, ich dachte, er läuft noch um die Ecke, aber er läuft in unseren Spawn rein, warum auch immer. Nee, Chrissy war eigentlich essen und wollte erst um 23 Uhr oder so wieder hier sein und ist jetzt einfach schon wieder da. Oh, okay. Aber ich kann heute lang streamen, alles easy. Hilfe. Wir haben ihn. Richtig. Oh, der Arme, der Arme, der Arme. Sie können mein Geschütz nicht töten. Können sie nicht killen. Oh, ist das geil, Alter. Alter, der Crow hat irgendwie mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Machen wir uns ja übernass. Wer ist das denn jetzt? Ja, ich habe aber auch, ich habe gedacht, ich renne einfach straight up rein, war nicht schlau. Nee, so spielst du nicht mehr. Das hast du neu, das hast du, das kannst du besser. Oh. Zweiter Kill schon. Oh, Treffer, Alter. Ist einfach auch smooth, wenn man so spielt. Vierter Kill. Ich frage, was macht der Crow. Was macht der Crow, der hatte seine Ult und ist einfach dringendem und gestorben. Der macht den Romatra. Der macht den Romance-Stan-Real. Ich muss kurz heilen. Rückzug. Oh, ein Shot. Alter, strong. Oh. Oh, ja, das war geil. Ja, weiß ich nicht. Weil er ihn umgebracht hat. Oh, das ist so satisfying einfach. Jeet. Treffer, Treffer, Treffer. Was ist denn deren Mission, Mann? Am Anfang haben wir uns total auseinandergenommen auf einmal und jetzt. Jetzt. Jetzt weiß ich an, was mich der Temp erinnert. Und zwar von der Mechanic ein bisschen wie Missforschen. Weil du, weil, wegen der Q. Weil ich einfach durch die, durch die Gegner durchschieße. Okay. Absolut gar nicht. Der, du wiffst Koffer Missforschen. Absolut komplett schieben. Naja, doch, doch. Du triffst den Vorderen und dadurch triffst den Vorderen. Und dadurch triffst du den Vorderen. Genau, genau. Eben. Ja, okay. Und der hintere, und der hintere macht sogar mehr Damage. Ja, und der hintere. Ja, doch, 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 doch. Spür ich. Jeet. Das Schöne ist auch der, ey, Primo. Denkt sich, oh, ich bin Tank, ich laufe jetzt einfach rein. Scheiß auf alles. Aber da ist er so dumm. Dann kriegt er ins Gesicht. Ja, er ist so dumm, Alter. Er ist der dümmste von den allen. Aber da ist, wenn er so dumm reinläuft. Treffen meine Schüsse, prallen an ihm ab und gehen voll auf seine Mates drauf. Und die sterben alle. Boah, das ist so clean. Das ist so unendlich clean. Hif, 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 hif. Goddamn. Oh, Primo und Ult, Digga. Jeet. Er ist tot. Oh, doch nicht. Aber er? Ja. Was macht ihr denn auch mit denen, Mann? Da haben wir doch absolut verlaupt auf. Digga, Romatra hat unendlich Ammo. Der schiebt da die ganze Zeit seine Koffer rein. Der hat gar keinen Cooldown. Geil. Ja, aber was für eine Grundlage. Oh, Obacht, Hangman. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Scheiße, Romatra, Romatra. Ja, sie ist tot. Halt durch, nur überleben, nur überleben, auf gar kein Versterben. Nur überleben, ist egal, wenn die sich der Dach einsammelt. Sie kommen nicht weg. Spiel auf Zeit, schön. Ja. Das war sogar richtig strong, Mark. Aber der Primo nervt, der hat einen hohen DPS. Und viel Leben. Ja, eben, der ist ja einfach nur so reingelaufen, Digga. Leute, mein geschützerten Kill. Was macht der denn? Chillen, schiebt mal einen Round, schiebt mal einen Round. Wieso? Ist vorbei. Ja, gut. Wir haben auch alle so einen Kite-Champion. Ja, ja, ja. Eins wird durchgereicht, Mr. Peace droppt nach hinten und Terra schießt sowieso durch alles durch. Wenn die uns kiten in Reihe, sind die alle immer instans. Also, zu dritt tot einfach. Oh. Oh, oh, oh. Lien ist strong. Naja. Nein, wirklich. Lien hat den höchsten Schaden pro Sekunde. Aber der Typ ist halt blöd. Ah, die spielen schon gar nicht mehr so schlecht. Ja, die spielen schon gar nicht mehr kacke. Die sind auch alle ganz schnell irgendwie. Er macht das nur, um uns zu bedrohen. Oh, was? Aber das ist ein Tod. Das ist sein. Das ist ein übelsteres Hessen, Alter. Digga, wie krass! Kurt und Brock haben beide ihre Schüsse zweimal getroffen. Oh, pass auf. Eine Chance, Digga. Ich ihn hasse. Strong. Old drin. Treffer. Jawohl. Queen. Saubere Old. Das war's. Zurück, zurück. Jetzt zurück. Six ist das, Mann. Jetzt der Typ. Seiner scheiß Granate. Die springt. Ja, aber die macht... Nein. Doch. Die Granate von Six, die springt. Ja, eben. Vorher hat mich gerade gesagt, wir sind... Nein. Wir fehlen Six und Heimer. Nein. Ich finde es viel mehr Miss Fortune, als ich Six bin. Ja, Digga. Du bist nicht Miss Fortune. Ja, klar. Weil die Bombe von Six trifft und ist vorbei. Komplett kannst du da alles machen. Du kannst heute komplett juken. Oh. Oh, Double Kill. Was ist jetzt, hä? Oh, mein Gott. Ich habe mich auseinandergenommen. Geplatzt. Jeet. Digga, deine Koffer, die sitzen aber dafür. Kann ich dort mal wer töten? Danke. Oh, missklickt. Ich habe zwei Ulskers hier, glaube ich. Was war das denn? Oh, ich bin was? Egal, Hanky, save das. Vor allem, wenn wir 10 haben, dann müssen die pushen. Ja, ja. Die können die so kiten, dadurch, dass wir einfach gewinnen, dann laufen sie in uns rein und sind tot. Oh, 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 oh. Junge, was will sie denn jetzt so klart? Die wollten mich haben, weil ich, weil ich reingelaufen bin. Oh. Pass auf Franks Ult auf, ne? Wenn du kannst, Hanky, dann versuchen zu interrumpten. Ult kommt. Na, schade. wenn es ausgelaufen Oh mein Gott, dein Geschütz macht ja so viel Damage. Das ist mein Geschütz, das ist mein Autotext, ich leite mein Geschütz nur weiter. Verstehst du das? Jaja, wie verstehst du das, klar. Wir haben nur ein einziges Mal verloren bis jetzt, oder? Ne, dreimal tatsächlich. Echt? Ja, ist komisch. Das einmalst du einfach mit allen in die Base laufen bist, Digga. Oh ja. Digga, das sind drei... What? Wo hittet der mich denn? Frank-Ul, findest du? Ja, aber ich fang komplett aus der Range. Oh, mach ich die nass. Oh no, Mordis, Alter, Mordis, der geht direkt wieder voll in den Arsch. Guck mal. Oh! Er hat vor allem seine Ult noch ausgemacht, Digga. Mordis! Jeter! Der was ist, um mein Geschütz zu killen, du kriegst gar nicht hin. Aber was macht Frank, Digga? Ich stehe mit einem Leben neben ihm. Oh no, Frank! Und er macht einfach Autotech auf dein Geschütz. Ja, und er stirbt noch nicht. Oh! Der ist mit drin! Got him! Frank, er kann nichts machen! Er kann nichts machen! Frank! Frank! Ult! So. Jeter! Ult! Frank! 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 Ich bin ein Idiot, Alter. Ich spiele 3 Melee's. Die kam nicht einmal an uns ran. Ich habe jetzt nur zugeschaut bei dir, Hanky. Hanky ist übel gut. Du hast mit Froschless gespielt, gell? Ja, ja, ja. Oh! Komplett rasiert in Doom Showdown. Können wir das auch noch machen. Wir sind halt so viel besser als die, das ist ja unglaublich. Also Mord einmal Hankys Link, dann alle rüber gehen, Follow da lassen. Dann kriegt ihr auch Mittagsbrows da das Unterhaltung. Ult ist drin. Oh Gott, mal richtig nass. Oh Gott, oh Gott. Alter. Dreckige Geschütztaktik, ne? Unfair. Das Ding ist halt auch, bei der Taktik braucht man wirklich gar keinen Skill. Oh Mann! Vor allem, er versteckt sie hinter der Mauer. Aber das ist dann auch gleichzeitig sein Tod. Frosch, das ist so gut, ey. Echt. Oh, ich bin gestorben. Erinn. Ehm. Ehm,'s Digga. Oh, oh. Der echt tanzt mit dem Frank. Gewonnen. Das ist es. Wenn das jetzt 8 hoch hingegeben hat, Rang 20 plus 300 Star-Coins, nenn ich sie jetzt einfach mal. Übel nice. Übelste Loser unterwegs. Naja, also die sind echt kacke schon wieder. Ja, ich bin also tot. Nein, die sind tot. Die kacke können sie ja nicht sein, nämlich so zerstören. Naja, also der Fakt, dass du verlierst, ist jetzt kein Indiz dafür, dass die Gegner nicht schlecht sind. Doch. Autsch. Digga, deine Mike knallert. Ja, wie war das? Wie war das? Komm, sag's mir. Hult. Zu fliegen. Ah, man. Too early. Ah, die Nid hat gerade ein gutes Movement bewiesen. Oh, deine Mike. Oh, oh. Oh. Was, zwei Ulz? Spinnen die oder wat? Oh. Nice. Oh, deine Mike. Deine Mike knatzt mich, Mann. Er hat komplett gehintet. Oh, deine Mike. Ich hab ihn geholt. Wie ekelhaft. Sweet. Ich schmeiß das Geschütz so weit weg, wie es geht und schieß dann nur aufs Geschütz, obwohl neben mir eine Nita steht. Ich gribe ja, ich hab's nicht so weit weggefallen. Ich würde ja nicht mehr nehmen. Hultrin, drei Mann. Gott. Was? Nein! Boah, die wären so tot gewesen. Oh no. Alter, Hengi. Spieler, zieht es mir doch. Weiter geht es.